Finanzamt abwehren, so schaffen Sie das. Ja, das liebe Finanzamt, immer öfters bittest du uns viel zu hoch zur Kasse. Dieses Unrecht ist inzwischen sogar gerichtsbekannt. Denn das höchste deutsche Steuergericht, der Bundesfinanzhof, erklärt inzwischen jedem zweiten Steuerbescheid eines Finanzamtes für überhöht und damit rechtsungültig. Sie sehen, es lohnt sich, gegen das Finanzamt anzugehen, wenn es sein muss. Lernen Sie in diesem fantastischen Ratgeber, was Sie unternehmen müssen, wenn Sie mit Bescheiden des Finanzamtes nicht einverstanden sind. Beispielsweise dann, wenn Ihre Abschreibungen nicht anerkannt wären. Dieses Buch zeigt Ihnen wirkungsvollen Schriftverkehr, mit dem Sie fast jede ungerechtfertigte Forderung aushebeln können. Die Sachbearbeiter und Beamten im Finanzamt sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie bürgerfreundlich entscheiden oder gar mit sich reden lassen. Aber das ist kein Gesetz, das in Stein gemeißelt ist. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie uneinsichtige Staatsdiener dazu bringen können, Ihre Gesprächsbereitschaft und Einsicht exorbitant nach oben zu schrauben. Und Sie werden nach der Lektüre auch wissen, wie Sie weiterkommen, wenn das Finanzamt Ihre Rechtsbehelfe mir nichts, dir nichts abgelehnt hat. Sie sollten wirklich nicht einfach einknicken, wenn das Finanzamt gegen Sie unberechtigt hohe angesetzte Steuerforderungen vorträgt. Leider Gottes geschieht es immer öfters. Kein Wunder, Deutschland ist restlos pleite und da müssen die Finanzämter eben aus uns Bürgern jeden Cent herauspressen. Da wird dreist versucht, einfach ein bisschen mehr abzuschöpfen, obwohl die Finanzämter ganz genau wissen, welches Unrecht sie da begehen. Mit diesem Ratgeber können Sie sich wirkungsvoll gegen diese Praxis wehren, denn Sie dürfen sich dabei keinesfalls auf Ihren Steuerberater verlassen. Der kann und darf Ihnen teilweise sogar nicht helfen. Hier sind Sie auf sich alleine gestellt oder vielleicht doch nicht, denn dieses Buch an Ihrer Seite wird Sie wirkungsvoll gegen ungerechtfertigte Forderungen des Finanzamtes verteidigen. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunion.de. Wir sehen uns, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.